Hey, ich bin Verena und heute habe ich eine Yoga-Einheit für dich, die perfekt ist nach dem Radfahren. Roll die Matte aus und los geht's! Wir beginnen im Stehen am Anfang der Matte, bringen die Füße hüftweit auseinander, die Zehen schauen gerade nach vorn. Mit der Einatmung hebt die Arme ganz weit über die Seiten nach oben. Und ausatmen, bringen die Arme an den Seiten wieder nach unten. Einatmen, nochmal weit die Arme über die Seiten nach oben heben. Und Achtung, ausatmen, dreh dich mit dem Oberkörper auf nach rechts, Arme nach vorn und hinten auseinander. Einatmen, komm zurück zur Mitte, heb die Arme. Ausatmen, dreh dich jetzt auf nach links, Arme vor und zurück, Becken gerade. Einatmen, komm zur Mitte, verhakt die Daumen, heb die Arme nach oben, lehn dich zurück. Und ausatmen, beug dich nach vorn, aus der Hüfte heraus, löst die Verschränkung der Finger, bleib hier. Lass die Knie gebeugt, den Kopf schwer hängen. Und mit der nächsten Einatmung leg die Hände an die Schienbeine, langer Oberkörper, zieh dich über die Scheitelkrone nach vorn. Und ausatmen, Hände zur Matte, herabschauende Hund tritt zurück. Und wandere die Füße hier etwas mehr auseinander. Lauf etwas auf der Stelle, schieb mal die eine Ferse in die Matte, die andere Ferse. Dreh dich mal nach links, nach rechts, jeweils unter der Achsel unten durchschauen. Hier ein paar erste Twists. Und pendel dich dann wieder in deinem Hund ein. Mit der Einatmung heb das rechte Bein lang nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, bleib hier, schieb die linke Ferse in den Boden. Einatmen, rechtes Bein etwas mehr heben. Und ausatmen, bring den rechten Fuß nach vorn, zwischen die Hände, erde dein linkes Knie. Und optional kannst du hier die linke Mattenkante umklappen, um dein linkes Knie etwas mehr zu polstern. Und stütz dich dann mit den Händen auf dem rechten Oberschenkel ab. Und schieb dich so nach oben, in der Aufrichtung im Oberkörper. Und lass dich dann weich mit dem Becken nach unten sinken. Bewege etwas die Schultern, alles auflockern. Und dann bring die Hände nach unten zur Matte. Optional greif dir deine Blöcke, um dich hier abzustützen. Und schieb dann dein Becken zurück für den Runner Stretch. Flex den rechten Fuß, zieh die Zehen zu dir ran und schieb die rechte Hüfte etwas zurück. Mit der Einatmung finde Länge im Oberkörper. Und ausatmen, beug dich aus der Hüfte heraus über das rechte Bein. Einatmen, das Herz anheben, nochmal mehr nach vorn wachsen. Und ausatmen, werde weich. Sink tief. Einatmen, leicht anheben, verlängern. Und ausatmen, wieder weich werden. Nochmal tief ein. Und aus. Beug dein rechtes Bein, bring die Hände nach vorn zur Matte. Klapp die linken Zehen um und schieb dich in den herabschauenden Hund zurück. Mit der Einatmung heb das linke Bein nach oben. Ausatmen, bleib hier, schieb die rechte Ferse in den Boden. Einatmen, austritt den linken Fuß vor, zwischen die Hände, rechtes Knie erden. Dann auch hier gerne das rechte Knie auspolstern, indem du die rechte Mattenkante umklappst. Und bring dann die Hände auf den linken Oberschenkel, stütz dich ab, schieb dich mit dem Oberkörper nach oben. Und ausatmen, lass dein Becken weich nach unten sinken, in den Low Lunge. Bewege hier nochmal etwas die Schultern, alles auflockern. Und zieh den Nabel nach innen, das Schambein nach oben. Tiefe und bewusste Atemzüge. Und bring dann die Hände wieder nach unten zur Matte, optional auf Blöcken, um den Boden näher zu dir heranzubringen. Dann schieb dein Becken zurück, streck das linke Bein, flex den linken Fuß. Schieb die linke Hüfte etwas zurück, verlängere dich mit der Einatmung vor. Und ausatmen, beug dich mit Länge über dein linkes Bein. Einatmen, wieder leicht anheben, wachst nach vorn, linke Hüfte zurück. Und ausatmen, wieder weich werden, sinkt tief. Ein und aus. Ein, zwei letzte Atemzüge hier. Beug langsam das linke Bein, klapp die rechten Zehen um und tritt in den herabschauenden Hund zurück. Tief ein. Und lange wieder aus. Mit der Einatmung schieb dich in die Plank nach vorn. Ausatmen, senk über Knie, Brust und Kinn zur Matte ab. Kleine Kobra, nimm die Schultern zurück, heb den Oberkörper an. Und ausatmen, herabschauender Hund schiebt dich zurück. Mit der Einatmung heb das rechte Bein nach oben. Ausatmen, öffne die Hüfte, rechtes Bein beugen, Ferse sinkt zum Gesäß. Ein, schieb dein rechtes Knie mehr zur Decke. Und ausatmen, tritt den rechten Fuß nach vorn auf die Außenkante der rechten Mattenseite. Und stütz dich hier kurz auf den Blöcken ab oder komm auf die Fingerspitzen. Finde Länge mit der Einatmung im Rücken nach vorn. Und ausatmen, bring dein linkes Knie zur Matte, den Fußspann zum Boden. Wann hat die linke Hand etwas mehr nach außen, optional wieder auf einem Klotz. Und heb den rechten Arm nach oben. Finde hier ganz viel Länge mit der Einatmung. Beug deines linke Bein, greif dir mit der rechten Hand den linken Fuß, optional den Arm mit einem Gurt oder Gürtel verlängern. Zieh den Fuß mehr zum Gesäß ran. Und ausatmen, schieb dann dein Becken nach vorn und unten in die Dehnung hinein. Spür die Länge in deiner linken Oberschenkelvorderseite, dem Hüftbeuger. Und dreh die rechte Schulter nach oben. Optional bring den linken Unterarm zur Matte, um noch tiefer in die Dehnung zu kommen. Alles kann, nichts muss. Finde deine Variante. Und bring die rechte Hand zurück nach vorn. Löse das linke Knie von der Matte, komm hier kurz auf die Fingerspitzen und wandere dann den rechten Fuß rüber zum linken Handgelenk. Handgelenk, bring das rechte Knie nach unten zum rechten Handgelenk für die Pigeon Pose. Mit der Einatmung zieh die Beine im Becken zusammen und ausatmen, schieb die Beine nach vorn und hinten voneinander weg. Lass dein Becken nach unten sinken. Optional einen Block unter die rechte Gesäßhälfte legen, um dich hier abzustützen. Und wandere dann mit den Händen Stück für Stück nach vorn. Vielleicht die Unterarme auf einen Klotz bringen oder zum Boden. Gib hier dann immer mehr nach. Lass den Kopf schwer hängen. Atme nochmal tief ein. Lösend aus. Komm dann zurück auf die Hände. Schieb dich nach oben in die Aufrichtung. Klapp die linken Zehen um und finde in den herabschauenden Hund zurück. Beweg dich hier etwas auf der Stelle. Auch mal das rechte Bein ausschütteln, alles auflockern. Mit der nächsten Einatmung heb das linke Bein nach oben. Ausatmen, öffne die Hüfte. Beug dein Bein, lass die Ferse zum Gesäß sinken. Einatmen hier. Und ausatmen. Tritt mit dem linken Fuß vor auf die Außenkante der linken Mattenseite. Und komm hier auf die Fingerspitzen. Wachs über den Rücken lang nach vorn. Und erde dann erst das rechte Knie nach unten zum Boden. Bring die rechte Hand etwas weiter zur Seite. Stütz dich ab. Und heb den linken Arm zur Decke. Lehn dich hier zurück in die linke Schulter hinein. Öffne dich im Oberkörper. Und beug dein das rechte Bein. Greif dir mit der Hand den rechten Fuß. Zieh den Fuß näher zu dir ran. Und ausatmen. Schieb dein Becken nach vorn und unten in die Dehnung des rechten Hüftbeugers. Dreh die linke Schulter mehr nach oben. Und wenn du mehr willst, kannst du hier auch auf den rechten Unterarm wiederkommen. Das ist aber wie immer nur eine Option. Und atme ganz tief und bewusst in die Dehnung der rechten Oberschenkelvorderseite hinein. Ein letzter Atemzug hier. Löse auf. Bring die linke Hand zurück nach vorn. Klapp die rechten Zehen um. Streck das rechte Bein durch. Komm auf die Fingerspitzen. Und banner den linken Fuß für die Pitchen rüber nach rechts. Erde dein linkes Knie am linken Handgelenk. Mit der Einatmung zieh die Beine im Becken zueinander und nach oben. Und ausatmen. Schieb die Beine nach vorn und hinten voneinander weg. Leg gerne einen Klotz unter die linke Gesäßhälfte, wenn du hier noch viel Luft zum Boden hast. Und wandere dann auf den Händen Stück für Stück weiter nach vorn. Komm auf die Unterarme. Lass den Kopf schwer hängen. Werde mit jeder Ausatmung weicher in der linken Gesäßhälfte. Lass los. Schieb dich langsam zurück nach oben. Lass dich vorsichtig auf die linke Seite sinken. Bring das rechte Bein nach vorn. Streck das rechte Bein aus. Linker Fuß an rechter Beininnenseite. Atme ein. Hebe die Arme nach oben. Ausatmen. Dreh auf nach rechts. Linke Hand an rechter Bein. Außenseite rechte Hand hinter dir. Ein. Wachs hoch. Ausatmen. Dreh dich mehr auf in den Twist. Ein. Zur Mitte. Hebe die Arme. Ausatmen. Beug dich mit Länge vor über dein rechtes Bein. Einatme. Nochmal das Herz anheben. Und ausatmen. Sink tief. Nochmal tief einatmen. Hier. Und aus. Schieb dich dann wieder nach oben in die Aufrichtung. Linke Hand schräg hinter dir aufstellen. Schieb dein Becken nach oben und schwing den rechten Arm über links zurück. Spann dich auf in eine Wildfing Variante. Tiefer Atem hier in deine Brust hinein. Nochmal tief ein. Und ausatmen. Lös auf. Senk dein Becken nach unten ab. Streck dein linkes Bein nach vorne aus. Rechter Fuß an linker Beininnenseite. Hebe die Arme mit der Einatmung. Und ausatmen. Dreh auf nach links in den Twist. Rechte Hand an linker Bein Außenseite. Ein hier. Aus. Dreh dich weiter auf. Einatmen. Komm zur Mitte. Hebe die Arme. Und ausatmen. Beug dich mit Länge vor über das linke Bein. Einatmen. Nach vorn wachsen Richtung Fuß. Und ausatmen. Sink tief. Einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Und schieb dich zurück nach oben. Platziere jetzt die rechte Hand schräg hinter dir auf der Matte. Schieb dein Becken nach oben. Schwing den linken Arm über rechts zurück. Spann dich auf. Tiefer Atem. ganz genüsslich. Nochmal tief ein. Und ausatmen. Löse wieder auf. Senk dein Becken nach unten ab. Beug dein linkes Bein für den Schneidersitz. Schwing die Arme nochmal ganz weit über die Seiten nach oben. Und ausatmen. Bring die Hände vors Herz ins Anjali Mudra. Schließ für einen Moment deine Augen. Und schenk dir hier ein kleines Lächeln als Dankeschön an dich selbst, dass du heute noch die Matte ausgerollt hast. Vielen Dank fürs Mitmachen. Namaste. Und um kein neues Yoga für RadfahrerInnen Video zu verpassen, Kanal abonnieren. Lass auch unbedingt einen Daumen nach oben da. Gern weiterempfehlen. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.